Hallo und herzlich willkommen zu der Weltpremiere der neuen Mercedes-AMG GT-Modelle und damit vor allem zur Premiere des Mercedes-AMG GT-R Pro. Der wiederum basiert auf dem GT-R, legt aber nochmal eine ordentliche Schippe drauf und damit ist nicht der Motor gemeint, denn der 4 Liter V8 Biturbo mit 585 PS bleibt unangetastet. Man konzentriert sich dabei primär auf Aerodynamik und Fahrwerk und vor allem Rennstreckentauglichkeit. Was auch die berühmte Nordschleifenzeit zeigt, denn mit 7 Minuten 4 ist er nochmal 6 Sekunden schneller als der ohnehin schon schnelle normale GT-R. Wodurch gelingt das? Zum einen durch das voll einstellbare Gewindefahrwerk, durch den Stabilisator aus Carbon an der Vorderachse und auch den Heckwagen hat man in der Steifigkeit nochmal durch ein Carbon-Schubfeld im Unterboden versteift. Und weiter finden sich die Uniball-Gelenklager des GT-R nicht nur an den unteren, sondern nun auch an den oberen Querlenkern. Und auch ganz klar optisch sieht man nochmal etwas mehr Sportlichkeit als beim GT-R, unter anderem an den Rathausentlüftungen, an den vorderen Radläufen, sowie am nochmal größeren Frontsplitter, der von Metallstreben gehalten wird, und den leichteren Schmiederädern. Innen wiederum gibt es Unterschiede je nach Markt. China, USA und Kanada bekommen nämlich ein komplett anderes Fahrzeug, wenn man so will. Wir bekommen in Europa den GT-R Pro mit Überrollkäfig, mit Sichtcarbon-Schalensitzen und die besagten drei Länder bekommen exakt das nicht. Auch bekommen sie nicht den 2 kg Feuerlöscher und die 4-Punkt-Gurte im Innenraum. Die GT-Modelle als solche sind vor allem optisch erweitert worden. Man hat eine neue Lichtsignatur, man hat aber auch die Mittelkonsole aus dem GT 4-Türer übernommen, sowie ein digitales Kombi-Instrument mit 12,3 Zoll verbaut und das neue Media-Display mit 10,25 Zoll. Die Leistung bleibt gleich, der GT kommt mit 476 PS, der GTS mit 522 PS und der GT-C mit 557 PS. Abschließend wie immer die Frage, macht das Sinn, was Mercedes jetzt hier vorgestellt hat? Macht ein nochmal schnellerer GT-R Sinn? Braucht man das? Und vor allem wer braucht das? Und kann man sich auch wirklich hoffen, dass die späteren Besitzer dieses Fahrzeug dann auch auf der Rennstrecke bewegen werden? Diskutiert mal gerne mit und wir mischen genauso mit.